da habt ihr alles schon mal gehört im alltag haben sie ständig mit schwingungen und wellen zu tun das bekannteste ist naja nun mal die akustik also das heißt wir reden und erzeugen dadurch automatisch luftschwingungen und schallwellen breiten sich aus und so weiter was das aber auch mit gewitter zu tun hat und 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 wie nützlich das sein kann darüber bescheid zu wissen egal in welcher klassenstufe damit beschäftigen wir uns hier mit und das schicke ist jetzt die ganze zeit müssen hier oben ist erscheinen klickt man hier oben rauf da kann man sich schon mal was auswählen und in der zeit wo ich jetzt noch rede müssten gleich links erscheinen so dass man ruhe video anhalten kann und dann gucken es ist für jede klassenstufe dann geordnet ihr geht dann in die pläts rein und dann müsste es klappen na denn